Hey Leute, hier ist der Luca Henni und es ist schon bald soweit. Ich gehe mit Yalea für 5 Wochen nach Australien, genau genommen nach Sydney, um eine Sprachreise zu machen. Viele fragen sich jetzt vielleicht, warum? Der kann doch Englisch, der singt ja auch Englisch. Das ist so, ich kann mich auch gut verständigen, aber ich finde, man darf nie aufhören, sich weiterzuentwickeln. Und gerade ich, ich will auch im nächsten Jahr probieren, noch in anderen englischsprachigen Ländern natürlich Musik zu machen. Und deswegen will ich einfach noch viel besser Englisch lernen können. Und das mache ich jetzt in Sydney. Was erwartet mich da? Ich gehe jeden Tag natürlich in die Sprachschule. Das wird krass. Also wieder so zurück in die Schule und ich freue mich aber richtig, was zu lernen. Und da gibt es natürlich in Australien auch ganz coole Freizeitbeschäftigungen. Und das Coole ist, in diesen 5 Wochen mache ich immer ganz viele Videos und nehme euch natürlich auf meine Reise hier mit. Also ihr könnt mich da immer auf den sozialen Netzwerken verfolgen. Ja, warum genau Yalea? Also so, ich habe lange besucht und bin dann auf diesen Anbieter gestoßen und musste einfach feststellen, mir wurde so gut geholfen, sei es bei der Suche nach dem richtigen Land, bei der richtigen Schule. Und sie organisieren mir sogar Freizeitbeschäftigungen und das finde ich natürlich super. Das heißt, ich packe jetzt meine Koffer und nehme euch mit auf meine Reise. Jo, ich freue mich. Also bis dann. Ciao. I just gather it out like powder, 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 powder.